Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mein Name ist Idris, ich bin 20 Jahre alt, ich mache momentan mein Abitur hier in Hamburg. Und ja, meine Geschichte zum Islam, es begann halt damit, ich war praktizierender Christ. Ich ging halt in eine christliche Gemeinde, Pentecost, Pfingstler sind das. Und ja, ich war halt ungefähr auch anderthalb Jahre in dieser Gemeinde Mitglied. Ich hatte auch so eine kleinere Funktion, das heißt hinten halt den Bass und den gleichen koordinieren. Und meine, aber halt, ja, was mich halt zum Islam brachte, war einfach halt die Frage, was macht überhaupt das Christentum wahr? Das heißt, teilweise schwirrten halt, obwohl es eine evangelische Gemeinde war, halt diese Bilder von der Trinität in der Kirche mit herum. Ich fragte mich vor allem, es gibt ja wirklich jetzt dermaßen viele Atheisten und gerade jetzt die wirklich alteingesessenen, die wir alle kennen, kannten und wie sie alle heißen. Sie kommen ja alle ursprünglich aus christlicher Tradition. Woran liegt das? Hat das Christentum keine Überzeugungsfundamente? Denn ich bin doch Christ und ich glaube, aber kann ich nicht auch meine Religion beweisen? Und ich hatte mich halt über diese Fragen auch mit Muslimen unterhalten. Und ja, ich kam einfach mehr oder minder auch zu der Erkenntnis, dass die Trinität ganz einfach falsch ist. Und ja, wie gesagt, dass einfach halt der wahre Din, der wahre Weg halt zu Allah Ta'ala über den Islam führt. Und wie gesagt, und es war halt, ja gut, ich ging zuerst in die afghanische Moschee Steindam und ja, ich unterhielt mich mit den Brüdern auch dort über den Islam. Das Ganze ging ungefähr auch drei, vier Monate. Und natürlich anfangs, ich war ja etwas eingeschwächtet, weil natürlich als Christ, man kennt den Islam halt nur aus einer Perspektive. Das heißt, das ist die Perspektive, die einem halt in den Medien nahegebracht wird. Und Muslime sind gefährlich, wiederum sie unterdrücken ihre Frauen, absolut autoritäre Gesellschaften. Man hat dort als Außenstehender wirklich keine Chance, Zugriff zu finden und so weiter und so fort. Aber diese Hemmungen sozusagen überwindet man eigentlich mit der Zeit wirklich. Und ja, dort lernte ich halt wahre Brüderlichkeit kennen. Zumal ich halt vorher, ja, was meine Einstellung Gesinnung anbelangte, halt recht intolerant war. Das heißt, ich habe eher halt darauf geachtet, halt ja, wie die Pigmentierung meiner Menschen aussah, als das, was sie halt im Herzen trugen. Und das hat sich ja mit dem Islam völlig geändert. Hamdülillah.